Willkommen beim großen Finale vom Landless Sound Award. Hier im alten Hallenbad in Fähkirch wird heute hart um den Landless Sound Award gekämpft. Der beinhaltet einen Videodreh, eine CD-Aufnahme und ein Fotoshoot. Ja, fünf Bands kämpfen heute darum, nämlich Cyrus, Rice Falling, M. Corbin, Fallen Up, Realize und ich mit meiner Band Point Blank lassen wir das auch nicht entgehen. Ja, es wird hart gekämpft, das ist klar. Wir sind dabei, fangen vor allem ein paar Bilder ein und wir wünschen euch auf jeden Fall mal ganz, ganz viel Spaß. Neben mir sitzen jetzt Jasmin und Julia. Erzählt mal, warum seid ihr heute hier im Landless Sound Award? Wegen Rice Falling. Ja, ich auch wächst Rice Falling. Dann würdet ihr noch kräftig abtanzen heute? Ja, das ist ganz süß. Freut ihr euch? Ja, voll. Diese hübsche Dame unter mir, das ist Zara. Warum seid ihr? Ja, wegen Landless Sound Award. Hast du eine favorite Band heute? Ja, voll in Slank. Bei mir sehe ich jetzt Rice Falling und werdet ihr heute ordentlich Gas geben. Ja, aber sehr. Was gehört halt, oder? Nettige Säger. Freut ihr euch, dass ihr im Finale seid vom Landless Sound Award? Ja, super, dass wir im Finale sind und geil, es wird cool heute, es wird cool. Und, reine drei große Chancen aus, was meint ihr? Ach, wir haben gerne dieses Besten, dann schauen wir mal, was rauskommt. Also, out in. Aber es wird ein Riesenspaß auf jeden Fall, oder? Spaß, Spaß wie immer. Das sind sie, die zwei Organisatoren dieses Abends, nämlich Tobi und Simon. Wie seid ihr zufrieden mit dem ganzen Landless Sound Award? Also, wir sind eigentlich sehr zufrieden. Wir hatten tolle Stimmung, wir hatten tolle Leute, wir hatten geniale Bands. Wir wollen allen Bands danken, die bei uns mitgemacht haben. Und wir freuen uns heute schon auf die Siegerband. Und wie geht's dir dabei? Hat dir der Landless Sound Award Spaß gemacht, das zu organisieren? Ja, natürlich. Uns hat es riesigen Spaß gemacht. Steckt zwar viel Arbeit dahinter, aber man sieht ja, es lohnt sich. Den ersten Platz. Und die Gewinner des Landless Sound Awards 2009 sind die Jungs von... Wir Untertitelung des ZDF, 2020